Ich begrüße Sie sehr herzlich und möchte Ihnen heute eine Mentaltherapie vorstellen. Sie können diese Methode sehr gut allein zu Hause oder wo immer Sie gerade sind anwenden. Mit dieser Technik gelingt es uns, einschränkende Glaubenssätze wie Ich bin nicht liebenswert, nie ich, ich bin ausgegrenzt zu transformieren. Aber auch Gefühle, die uns oft quälen, wie Ängste, Aggressionen oder sogar Zwänge, können damit transformiert und aufgelöst werden. Die Methode wirkt sich auch wunderbar auf die Organe des Körpers aus und wir können auch bei körperlichen Schmerzen mit dieser Methode sehr gute Erfolge erzielen. Die Methode ist eigentlich eine Akupressur-Methode, daher setzen wir unsere Hände ein und verwenden alle zehn Finger mit ihren Fingerspitzen. Wir beklopfen die Meridiane und dadurch wird vor allem unser autonomes Nervensystem, das elektrischer und chemischer Leiter ist, von den Stressoren gut befreit. Ich beginne nun mit dem Hauptmeridian, das ist der Gouverneur, das Lenkergefäß. Wir versuchen einen Rhythmus von 1, 2, 3 einzuhalten, sind locker. Wenn Gedanken kommen, so lassen wir sie vorbeiziehen. Nun gehen wir mit unseren Händen über die Augenbrauen. Das ist der Geschlechtsorgane, das ist der Geschlechtsorgane, Blasenmeridian. Seitlich, Galle, Leber. Hier ist auch der Sitz unserer Aggressionen, unserer Ablehnungen, unserer Wut. Wir beklopfen ihn und setzen nun die Linien des Dünndarmmeridians ein und gehen mit unseren Händen zurück unter die Knochen unseres Hinterkopfes und verbinden so die beiden Gehirnhälften. Das sind die Einstein-Punkte. Die linke Gehirnhälfte spricht durch Worte in uns, von der Vergangenheit und Zukunft. Die rechte Gehirnhälfte aber ist intuitiv und weiß ohne Worte. Nun kommen wir vor zum Magenmeridian. Unsere Heimatlosigkeit, unser Nicht-Dazugehören oder ich fühle mich auch in meinem eigenen Körper nicht wohl. Diese Gedanken und Ideen dürfen uns verlassen. Nun setzen wir unsere Hände über die Oberlippe. Ist auch gut präventiv für Parathondose, gegen Parathondose. Meridian, Gouverneur, endet hier. Nun gehen wir zum Unterkiefer, zum Konzeptionsgefäß. Hier ist alles abgespeichert, was bei unserer Zeugung geschah, im Mutterleib und auch bei der Geburt. Nun setzen wir den Dickdarmmeridian ein und gehen etwa eine Handbreit unter die Achselhöhle und beklopfen hier den Milzpankreas Meridian. Selbstwert, Selbstbestrafung sind die Themen von diesen Organen. Ich bin wertvoll. Alles andere lasse ich los. Zum Abschluss gehen wir nun zum Nierenmeridian. Alle Ängste, Schuldgefühle schwingen in diesem Meridian. Nun können wir bereit sein, Ängste loszulassen und auch unsere Schuldgefühle. Wir beenden nun diesen Durchgang, indem wir eine Handfläche auf die Dymusdrüse legen, die zweite auf den Solarplexus, auf den Nabelbereich. Wir rollen unsere Zunge auf den Gaumen, denn nur so sind wir in uns ganz und schließen die Meridiane in uns ab. Wir haben uns innerlich gefunden und dürfen uns nun vor neuen, negativen Einflüssen abgrenzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke dir. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020